Wenn du Arbeitslosengeld II beziehst und mindestens 63 Jahre alt bist, dann besteht aktuell noch die Gefahr, dass dich das Jobcenter in die Rente drückt, ob du willst oder nicht. Doch dieses Instrument der Zwangsverrentung soll bald der Vergangenheit angehören. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Das ist das zweite Video zum neuen Bürgergeld. Das soll ja zum 1. Januar 2023 Hartz IV ersetzen oder sprechen wir mal lieber von ablösen. Wenn du das erste Video noch mal sehen willst, in dem ich so die fünf wichtigsten großen Veränderungen gegenüber von Hartz IV erklärt habe, dann kannst du hier oben auf den Link klicken. Jetzt geht es aber um einen ganz besonderen Aspekt beim neuen Bürgergeld und das ist die Zwangsverrentung. Aktuell ist es so, wenn du Arbeitslosengeld II beziehst und mindestens 63 Jahre alt bist, dann kann dich das Jobcenter in die Rente komplementieren. Zumindest, denn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen brauchst du 35 Jahre Wartezeit in der deutschen Rentenversicherung. Das ist nämlich die Hürde für die Altersrente für langjährig Versicherte. Manchmal spricht man auch von der Rente mit 63, allerdings mit Abschlägen. Ganz wichtig. Und wenn dein Arbeitsvermittler dir das so sagt, also wenn du diese 35 Versicherungsjahre voll hast, du bist mindestens 63 und er sagt eben, stell mal einen Rentenantrag, dann musst du dem auch nachkommen, denn Hartz IV ist immer nachrangig. Das heißt, wenn du deinen Lebensunterhalt von irgendwas anderem bestreiten kannst, zum Beispiel über so eine vorgezogene Altersrente, dann musst du dem leider nachkommen. Besonders ärgerlich ist in diesem Fall, dass diese Altersrente für langjährig Versicherte, wir haben es gerade schon angesprochen, mit Abschlägen bewertet wird. Das bedeutet, jeder Monat, den du vor der Regel Altersgrenze in die Rente gehst, kostet dich 0,3 Prozent deiner Bruttorente. Ausnahmen von dieser Zwangsverrentung gibt es zwar, aber nur in ganz bestimmten Fällen. Zum Beispiel, wenn du jetzt in den nächsten Monaten eine Arbeit aufnehmen kannst oder wenn du Aufstocker bist. Das heißt, entweder hast du einen Job, der aber nicht reicht, damit du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Oder du bekommst zusätzlich zum Hartz IV noch das Arbeitslosengeld 1. In dem Fall kann dich das Jobcenter nicht in die Rente drängen. Und auch dann nicht, wenn du in den nächsten drei Monaten eine Altersrente ohne Abschläge in Anspruch nehmen könntest. Also das wäre zum Beispiel die mit der Schwerbehinderung oder die, wenn du 45 Versicherungsjahre voll hast und ein bestimmtes Alter erreichst. Mehr dazu findest du in einer wirklich guten Übersicht auf unserem Blog. Den verlinke ich dir unter dem Video. Und die letzte wichtige Ausnahme von dieser Zwangsverrentung besteht immer dann, wenn deine Rente mit Abschlägen so niedrig wäre, dass du voraussichtlich dann mit der Rente trotzdem noch auf Sozialleistungen angewiesen wärst. Dann wäre nämlich diese Zwangsverrentung unbillig. Ein sehr sperriges Wort. Und deswegen stehen diese ganzen Ausnahmen, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, in der sogenannten Unbilligkeitsverordnung. Die verlinke ich dir auch unter diesem Video. Doch mit diesem Instrument der Zwangsverrentung soll bald Schluss sein. So steht es zumindest im Gesetzentwurf zum Bürgergeld. Und darin steht ganz konkret, dass ab dem ersten Januar 2023 keine Zwangsverrentungen mehr möglich sein sollen. Allerdings nicht für immer. So sah es noch im ersten Entwurf aus. Jetzt gibt es da so eine Deadline und die geht bis zum 31.12.2026. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, wie es 2027 weitergeht. Da hat die Politik sich so eine kleine Hintertür offen gelassen. Und da könnten eventuell wieder Zwangsverrentungen möglich sein. Aber aktuell wichtig ist, ab dem kommenden Jahr ist es nicht mehr möglich. Dann darf dich das Jobcenter nicht mehr in die Altersrente, in die vorgezogene Altersrente drängen. Ausführliche Infos zur vorgezogenen Altersrente, zu den Abschlägen, wann du diese in Anspruch nehmen kannst, habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ich sage ciao und bis bald.